So Leute, da bin ich mal wieder und willkommen zur nächsten Folge von meinen Handy Games. Jetzt starten wir wieder die Snowboard Party und eine tägliche Belohnung. Die bekommen wir aber erst, wenn wir wieder steht, die erste Mission abgeschlossen haben. Dann bringen wir uns jetzt für Überschließer eine Runde ab, um sie zu erhalten. Dann machen wir das mal. Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal den Freestyle. So, Brad. Vielleicht upgraden wir den gleich. Obwohl abbrechen. Ah, was haben wir hier noch? 4.000 XP können wir dann nicht machen. Dann upgraden wir den erstmal ein bisschen. Und zwar Balance. Bestätigen. Ähm. So, Balance haben wir ein bisschen. Dann haben wir vielleicht den Spin ein bisschen aufbessern. Und das R. Und einmal den Spin. Ne, haben wir nicht genug. Okay, schade. Willst du dir ein kurzes Video erzählen? Nein, jetzt nicht. So. Bestätigen. Und dann legen wir doch gleich mal los. Hm, was haben wir hier? Terra Nova Trail. Sind wir in Kanada heute. Und wir starten das mal. Hm. Gucken wir, was wir da erreichen müssen. Ich hab nämlich gar keine Ahnung. Tududududum. Boah. Alter Schwede. Das sieht schon hammermäßig aus, wie ich finde. Alter, wie lang ist die denn? Shit. Oh Gott. Als ob ich dieses schaffen würde. Oh mein Gott. Fuck die Henne. Das ist ja mega lang. Sind wir bald mal oben? Oder wie sieht das aus? Alter. Fuck. Da können wir glaube ich einfach nur ein oder zwei Stück machen. Pro Folge. Ich dachte das ist einfach nur ein bisschen immer. Aber dass das so übertrieben ist, hätte ich nicht gedacht. Na gut. Gut. Ähm. Jo. Oh. Hoppla. Dafür haben wir bestimmt keine XP bekommen. Einmal nach vorne drehen. Jawoll. Dann können wir vielleicht hier noch was reißen. Nee. Geschwindigkeit verloren. Egal. Hoppla. Und hingefallen. Oh fuck die Henne. Alter. Das ist schon ein bisschen schwer gemacht. Ein bisschen haben wir hier. Okay. Egal. Springen wir mal hier rüber. So. Wow. Geil. Okay. Punkt. Da haben wir immerhin ein paar. Fahren wir einfach mal hier hoch. Wow. Ihn hat es nicht hingefetzt. Geil. Alter. Fahren wir hier drüber. So. Und hier noch drüber. Oh. Alter. Wow. 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 Können wir hier noch irgendwas machen? Jo. Geilo. Wow. Aufgabe erfüllt. Cool. Geil. Boah. Egal. 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 Boah. Das ist ja der Hammer. Das Ding. Alter. Geil. 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 ne. Ne. Huhu. Huhu. Da kann man ja einiges reißen. Scheiße. Mann. Boah. Dann machen wir den hier noch. Jawoll. Multiplikator mal 2. Und dann sind wir auch schon fast unten. Nehmen wir Schwung. 20.000 punkte ich weiß nicht ob das viel ist oder nicht Level durchgespielt jawoll die ganzen Buchstaben haben wir zwar nicht eingesammelt aber immerhin ein Y oha hole dir die Vollpersonen Akkuil auf die Vollversion blablabla keine Banner oder Vollbewerbung 8.000 strecken zusätzliche Bestleistung 40 zusätzliche Levelaufgaben mehr Spielermodus ja das will ich eigentlich gar nicht weiter keine Emote waren das will ich auch nicht Belohnung könnte man nicht größer sein aufgaben erledigt Belohnung 900 xp jawoll ähm nein so cool so bam 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 wunderbar jetzt haben wir uns wieder 2280 xp so können wir hier freischalten natürlich für die Führerabgaben auf der vorherigen Strecke ok dann machen wir die wohl eben nochmal na wunderbar kann ich das irgendwie springen joo so los geht's da 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 ich es wüsste wo hier diese ganzen oh da ist ein Buchstabel nein da ist ein Stern wow das ist eine Offroad Strecke oder? oha shit haben wir gleich mega viel verloren egal aber immerhin mal einen neuen Streckenteil gefunden geilo und abfassen cool jetzt müsste ich noch wissen was für Aufgaben man hier erledigen muss ich hab nämlich gar keine Ahnung so da haben wir bestimmt wieder xp bekommen hier fahren wir drüber schön Offroad go 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 hoppla oh steh auf kelly bam rasiert alter Junge ok ah da kommen wir nicht mehr ran egal aber hier ne hier auch nicht aber dann fahren wir hier rüber so wow geilo dann noch hier rüber geil so Multipliator mal 2 ein paar Trickys gemacht da hinten haben wir noch Buchstabis oh T haben wir nicht eingesammelt schade aber den hier könnten wir kriegen wow 10.000 Punkte bekommen gleich mal wunderbar so was können wir hier noch oh Punkte verloren shit egal weiter geht's mit Vollgas wow geil cool nein egal jetzt haben wir fast 50.000 Punkte geschafft wow mit einem Sprung ins Ziel wow fast 50.000 Punkte nicht schlecht nicht schlecht würde ich mal so sagen ja ich will das aber nicht nochmal sehen so weiter nein und ganz viele XP willkommen 700 wow wie schlicht so dann gucken wir mal was wir hier upgraden können bei unserem Thyssen upgrade hier können wir bei Speed können wir ein bisschen machen bei Balance nein hmm hmm will ich nicht weg so hier können wir noch jo ich sag mal noch 4 XP bestätigen so das sind wir schon besser geworden wir müssen noch ein paar Aufgaben erledigen ähm kann man hier irgendwie gucken was für Aufgaben man hat ne kann man nicht interessant dann probieren wir das nochmal go 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 so ups wunderbar da oben wäre ein Schneedingsie gewesen ups falscher Knopf hoppla ich müsste mal die ganzen Buchstaben noch finden wo sind die nur hmm wo sind die nur so und gut gelandet hier können wir drüber so dann können wir bestimmt noch hier hoch geilo der war gut der war gut der war auch gut wunderbar dann mal wieder auf die Strecke hier ich habe sie falscher Knopf gedrückt wow gleichgewicht verloren egal YOLO und ein YOLO Spinny eau cool egal so da können wir noch hoch wunderbar so wenn wir jetzt die ganzen Buchstaben noch finden würden wäre das übelst geil Egal hmm und so wunderbar der Sprung war naisu daisu auch wenn wir dieses mal nicht wirklich viele Punkte haben Zweifach Multiplikator so ok so der fängt sich wieder perfect so und dann ab ins Ziel hier rechts können wir noch irgendwas einsammeln fragt sich nur was so und ab ins Ziel egal 22.000 Punkte läuft schüttel doch nicht dein scheiß Kopf man schüttel doch nicht dein scheiß Kopf man ich weiß ja nicht wo man alles was einsammeln muss ansehen will ich es nicht nochmal so nein guuuut 600 XP bekommen egal so das war es erstmal für heute würde ich sagen wir haben das nicht komplett Freestyle Strecke gesehen was man das alles machen kann ähm genau das war es erstmal für heute von mir und hoffe ihr hattet auch so ein bisschen Spaß und damit sage ich bis zum nächsten Mal denn schüttel revelation schon